es ist mal komfortzeuge und ist das passiert nee es heißt ja wieder ja weihnachten da kriegst du dann ein fahrzeug ja da kannst du lieber ganz ehrlich hol dir dann lieber armer und spiel den mod mein jetziger pc würde armer 3 nicht aushalten aber wenn ich meinen neuen pcr dann hole ich mir irgendwann armer doch ich habe bei seinem rechner oh ja alter ich habe mir das die testphase runtergeladen ich habe ich habe in dem grafiktreiber dieselben einstellungen wie er das lustigste ist einfach ich krieg in battlefield 4 auf niedrig etwas über 100 fps er keine 30 aber das sind dann die kleinsten maps und ich rede von operation locker beispielsweise wo ich dann schon locker habe ich auch eine gute performance über 100 fps abjahr hier sind alle team deathmatch oder eroberung eroberung auch aber es ist halt ich zog halt erstens zog ich 64 pläne ich gerne zweitens bringt 64 plänen pc auch zum ruckeln teils nicht ja warum wohl ja klar aber das wird bald ein ende haben das wird bald geschieht entschleunigtes äh ein schnelles ändern wie bei mir hat schon längst ein Ende seit ewigkeiten ja ich bin der Lauer hocks ja ich bin der Toxikin beim peter scheiß oder ich komme trotzdem einen drauf auf die Lady Ari ab prozent und die eigentliche aber er hat war es doch noch auf 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 Eberberg Saus wir hätten mal nichts sagen sollen und Sebel einen Link schicken, so Weißt du, im Stream sitzt da wie so eine spanische Nutte verkleidet rum? Es ist einfach ein Transvestit? Wie meint ihr? Das Ding aus Hitbox oder wie? Lady Ari Ach, keine Lady Ari, ich hab ja nichts dagegen, aber äh mein Gott Dann soll die nicht an ihren Titten und an den Haaren rumfummeln, so Weißt du, und die meisten wissen es einfach nicht und gucken deshalb zu, die hat einfach mal 300 Viewer Ja, und dann macht sie so, oh, machen die ganzen kleinen perversen Viewer so, oh ja, oh ja, der Haar runter, oh ja, zeig mir deine Männertippen, oh was, was, oh ja Das ist echt so, ohne Witz Das, also, als ich das erfahren habe, ey, ich meine, Lachung so wie beide, wir haben beide erst mal nicht geglaubt, ne Alter, als er es erfahren hat, der hat sich sofort gemutet und war weg, der war wieder sofort auf Klo und nicht, weil er gekonzt hat Lava 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 Vor allem, ich meine, du hattest mir noch den Linken geschickt und auf einmal sagt, Lopsi Ja, ja, du bist eigentlich ein Mann Ja, wo ich einfach den Linken geschickt habe und gesagt habe, guck dir mal an, wie nuttig die sich anzieht Ja Und dann, oh ja, das ist ein Typ Ich hatte Schiss, ich wollte das nicht im Chat fragen, so Er stellt die Frage im Chat und auf einmal, ähm Da hat die sogar ein Command für, wo dann ein Text eingeblendet wird, der erklärt, dass es so ein Transvestit ist Das musst du dir einfach mal geben So einen ewig langen Text Ja, aber warum gibst du denn da für einen Text? Das würde ich doch niemals schreiben, oder? Also der, das Da war so der Lebenslauf erklärt, von wegen schon als Kleinkind wusste er Ja, geil, ich wäre gern, boah, geiles Vibe Oh, Alter Nein, ich will's mir vorstellen Oh, ich hab mir Schon immer Mams PHs angezogen Weißt du, ich wette, Isaac ist auch schon Transvestit, ich meine, der zieht sich Mams Unterwäsche an Ich will die Unterwäsche, auch den Lippenstift, auch das Gesamtoutsit bei Mams Knife Ja, Alter, Isaac, du hast uns etwas verschwiegen, mein Freund Isaac, holst du dir einen auf deine Mama? Oh, Junge Das war eine berechtigte Frage Wenn er sich schon so anzieht, darf ich doch wohl auch solche Dinge fragen Ja, ja, darfst du, darfst du, ja Ja, warum gucken der dann noch so viele zu, weil das müsste doch eigentlich so gut wie jeder jetzt wissen Das weiß auch so gut wie jeder, aber trotzdem keulen sich da immer noch welche drauf Ja Also ist das Stream von Schwulen überfüllt, oder was? Wahrscheinlich von anderen Transvestiten, die jetzt Frauen sind Äh, Männer Boah Dann kommt ihr voll durcheinander mit euch Und Micha meinte, es gibt ja noch eine oder einen, oder Irgendwieso, es nennt es, es ist das Beste Es gibt noch eines Was, im Prinzip Was denn, Conchita Wurst hat jetzt 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 so schnell, oder wie? Im Prinzip sind die einfach Conchita Wurst, aber ein cooler, weil die zocken Conchita Wurst einfach mit dem Joystick in der Hand Aber von den Zocken sieht man ja leider nicht, weil das nur so eine kack Webcam ist 2 Webcam ist, das ist ja eh Schrott Ja, okay, stimmt, ich bin lol Ja, ich ne was zurück Ja, ich hab nur einmal in den Stream reingeschaut und hab nur gleich gedacht, ne danke Oh, ich hab Foxtrot 44 gekillt Mit meiner lieben Rags Ja klar von hinten, ey, putze Wie dumm die sind So, okay, den Raum haben wir bald hinter uns So, okay, den Raum haben wir bald hinter uns Ah, was sind die Chinesen? Ne, das sind groß Aaaaaaah Notar One Soul Reaper, oh ja, ich grabe deine Soul Sollte es mich vor uns sagen, weil es sollte es doch lieber Notar heißen, oder? Icex Hat has appeared in the basement, nice Oh, wow, das beste Item Eigentlich ist es... Ja, ich weiß, eigentlich ist es scheiße Aber als Trinket, wenn du... Eigentlich ist es sogar ein Trinket, aber trotzdem Ja, ich weiß, wenn du... Also wenn du kein Cancer oder so dabei hast, ist es gut Muss man ganz einfach sagen So, Wump 1 Wup! Wup, 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 Wup! Wie macht er Zug? Noob, Noob! taggatgacouchou Ich mag Züge Wenn ich da im Moment Zeit zu hätte, dann würde ich jetzt so ein Zuggeräusch einblenden, aber die Folge muss morgen gleich hoch und, äh, morgen ist Schule. Du bist faul. Muss, wer zwingt dich denn dazu? Ich. Oh. Also halt's Maul. Mist, sie haben jetzt 40 Jahre neben der Rennbahn gewohnt. Haben sie irgendwelche bleibenden Schäden davon getragen? Nein, nein, nein. Das kann ich auch in der Autobahn. Gibt's mit Autobahnen, mit Rennbahnen, mit allem. Ich, äh. Oh, fress mehr als zwei Magnum, äh, nicht Magnum, Bar. Sie haben jetzt mehr als 10 Jahre neben Larox gewohnt. Haben sie irgendwelche bleibenden Schäden da, äh, behalten. WURNZOON! Nein, 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 Fotze, nein, nein, NUTTE, nein, was? Nein, was, weh, was? Alter, alle Leute in deiner Nähe kriegen einfach Tourette. Boah. Mach dich nicht über Tourette kranke lustig. Mach ich nicht. Das machen die Typen von diesem komischen Filmtrailer-Kram da. Vor allem... Was so eine Bindung haben Sie denn? Tourette, du, wut. Der ist aber gut. Ähm, der wird... Ja, eigentlich ist er gut, aber er ist trotzdem... Macht sich über die... Ich dachte, es ist ein Trailer. Alle meinen immer, Tourette wäre mit Beleidigen. Stimmt gar nicht, das ist nur die bekannteste Form von Tourette. Es gibt mehrere Formen. Ja, klar gibt es mehrere Formen. Es gibt von allen mehrere Formen. Es gibt auch... Es gibt auch mehrfach Penisse. Stimmt, ja, Toxic, ich habe einen Faker von dir gesehen. Gestern. Was? Ja. Töte ihn, hängen auf. Es kann jeweils sein, dass er irgendwie sich ein Beispiel an der nimmt. Da hat er nämlich etwas kill. Das geht nicht. Es war ein sehr schlechter Faker, sag mal so. Ja, läuft. Ja, nein! Boah, Konter, nein. Das geht doch. Ich habe gerade auf der Wump 1 den Itemraum gesucht. Die Fresse. Oh mein Gott. Den Itemraum gesucht auf Wump 1. Schlecht. Okay, ich werde sterben bei dem Boss. Schon mal einer erklärt, dass du scheiße wirst? Ich glaube, wird mal Zeit. Oh, werde ich doch nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier hat der Typ mich mit... Okay, 0 HP hat er. Schön. Vielleicht hat dich seine Nate getötet. Nate! Auf einem Pistol-only-Server, ja! Ja, sag das doch. Deine auch. So, Gabi, Seth wird neu gewürfelt. Neu gewürfelt. Monstrous-Lunger einfach mal mit... Ja, toll, ich habe Technology. Wow, Monstrous-Lunger plus Technology. Effektivste Kombi. Woooo, Party. Selbstverständlich. Ist echt so, ey. Also, mhm. Manche Sachen könnten... Stell dir vor, du würdest einfach irgendwie 5 Laser random schießen oder so. Das wäre geil. Es gibt ja übrigens so ein Item, das heißt... Isaacs Trenn oder so. Wenn du Isaac mit Isaac besiegst und, ähm... Naja. Ist halt sozusagen genau das gleiche wie Tammy's Head. Ich kenne den Unterschied jedenfalls nicht. Findest du noch nicht mal zu Tammy's Head. So. Oh mein Gott. Oh doch. Mit Brimstone zusammen. Obwohl ich ihn bisher nur mit einem kleinen Brimstone hatte. Warum wohl ein kleiner? Hm, weil du einen kleinen hast? Und der stirbt nicht, die Notte. Dumm, kleine Hure. Dumm, kleine Hure. Die einfach Scheiße ist. Mal sehen, ob ich mal am Start besiege. Über Scheiße. Unter Scheiße. Kann ich Falsch annehmen, obwohl der Falsch war? Ey, du kennst doch diesen Wurm, wo du, äh, äh, im Viereck schießt, ne? Junge, irritier mich gerade nicht! Doch! Du Scheiße! Der funktioniert mit Technology zusammen, heilige Scheiße! Nicht weinen! Toll, Blendgranate, das ist... Weiße! Blendgranate! Wow! Wow, verreckt dran! So, ich könnte mir jetzt im Arcade Herz noch spielen, aber nein, ich tue es jetzt einfach mal nicht! Stell dir mal vor, es würde eine Toxic-Waffe geben! Wenn du da auf jemanden schießt, würde die Schüssel einfach abprallen und dich selbst töten! Ah! Lustig, ja? Es würde so einen DLC dafür geben, Alter! Oh mein Gott! Bestes Item! Was ist dein Name? Jedi-Wip-Wip! Und? Also, manche Leute sind echt... Manche Leute sind echt einfach mit dem Kopf wild, die hast du da zu... Ja, beispielsweise Toxic-Klein! Der Name ist mir in der Schule eingefallen, frag mich nicht warum! So ernst? Ja, genau! Ich hab mein Battlefield 4-Account jetzt nischen! Warum? Ja, das hat was mit Schule zu tun! Bläh, bläh! Bläh, bläh! Bläh, bläh! Ekelhaft! Ich könnte mich auch umreden! Ekelhaft! Das ist Ekelhaft! Ekelhaft! Oh ne, nicht schon wieder Haftbefehl! Ekelhaft Befehl! Ekelhaft Befehl! Nein, Igitt! Ekelhaft Befehl! Ekelhaft! 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 Nein! Nein! Das ist Ardbekäse! Schinkenwurst! Erdbekäse! Ekelhaft! Schinkenwurst Und Erdbekäse! Ja! Das ist voll gesund und man lernt ganz viel aus dem Fernsehen ey! Da hat Zucker desbrinur, deswegen ist das gesund! ja 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 ist von der jahr oder hat Schöcklinge was das Verliebende ich glaube sehr will es können Ortschalkerler zu sein die Säge ist eindeutig ein Kevin Säge ist ein Jocker du bist ein Jockerl, Kevin was ist denn ein Kevin oder wer ist Kevin? du bist Kevin Äh, Hilfe. Fuck you, Monstro 2, ich wollte mich da ge- Dankeschön. Ich stehe nicht so richtig IT dran. Boah, das ist doch scheiße, Mann. Nein, der Server ist Dreck. Ich bin wieder gebraucht, und du noch zum Aufleben, du... Ja, ich weiß nicht, der Run geht schon eine halbe Stunde. Boah, ernst, weiß ich nicht, oder wann, stürt trotzdem, was haben die mit Nettkut gemacht, ey, hat sich noch nichts verändert. Oh, ja. Das sagen sie alle. Dreckspiel hier. Am Ende sind sie schwanger. Bist du schwanger? Nee, danke, lassen wir nicht machen. Nee, danke, lassen wir nicht machen. Ist doch wahr. Hey, du Ernst, du Hurensohn, ey. Ich bin deiner Mutter, du Hurensohn. Huanson. Ey, so heißt es bestimmt in Spanien. Huanson. Huanson, Junge. Spezialagent Usu. War das so? Meine Schwester hat die Serie früher voll gefeiert, Alter. Welche? Spezialagent Hurensohn. Was? Spezialagent Usu, mein Gott. Ja, was denn? Da kann man nur eine Usu machen, das geht sogar besser. Ja, echt so. Da kann man das was sagen, Alter. Usu. Okay, ich nehme zu viel Schaden. Was machst du da? Hä, was? Ice-Ax-Angriff-Muster, what the fuck, was denn los? Achso, was geht da ab, ey? Oh, guckst du dir wieder deinen Stream von Lady Ari an. Oh, Junge. Junge, Junge, Junge. Nein, danke. Oh, Toxic. Oh, leuch, ich bin ja auch eine Down von Isaac. Oh, fuck. Was ist los? Guck jetzt, wer auf Hatebox so online ist. Ich nicht. Ja. Ist auch gut so. Alter, ich habe es einfach getötet. Nice. Polaroid freigeschaltet, endlich. Ja, so ist richtig. Keiner von wegen der Lichtvollung. Apfel goes wild, Alter, was ist das eigentlich? Sogar ein neues Ende. Ist klar, Mann. Ja, ist auch klar. Joined einfach mal nach, ne? So, Polaroid ist abiert in den Basement. Und ich würde sagen, tschüss.